Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Big Business Opportunity. Heute haben wir Manu Kretschmer bei uns. Danke Manu. Danke euch. Und wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Manu, du hast in sehr kurzer Zeit sehr viel Erfolg gehabt. Was war dein Schlüssel zum Erfolg? Ja, Schlüssel zum Erfolg ist immer eine schwierige Frage. Es gibt einfach für mich ein paar Sachen, die man beachten muss. Und das Wichtigste ist einfach, dass man in sich selber die Entscheidung trifft. Und auch die Entscheidung trifft, dass man egal was passiert, egal wer davon abzuhalten, es einfach durchzieht. Egal wie viel Hate kommt, egal was für Prioritäten du sonst hast, du musst das wirklich dann ganz oben an erste Stelle stellen und dann wirst du da auch definitiv Erfolg haben. Und es wird schwer, es wird hart. Ich hatte viele Rückschläge und ich glaube durch die vielen Rückschläge auch, bin ich dann immer auch weiter bereit gewesen, weiter zu machen, weiter zu machen. Ja, das war mal bei mir. Okay. Nimm den K Terre. Wenn die Ettlich aus dem Bild an, nein,ination hat das ganze Zeit und das ganze Zeit. Ja, wir haben die Entspannung mit dem Bild.